Wiener Schnitzel, Sauerkraut, Nudelsuppen, Käse, Sporn. Wiener Schnitzel, Sauerkraut, Nudelsuppen, Käse, Sporn. Da kannst du auch mitsingen, okay? Aber nicht sitzen bleiben auf der Couch. Du musst aufstehen. Hey, die Mama muss auch aufstehen. Mama, aufstehen. Papa. Wiener Schnitzel, Sauerkraut, Nudelsuppen, Käse, Sporn. 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 Mit unserem Papa ist es manchmal sehr lustig. Wenn er gut aufgelegt ist, dann macht er Späße. Zum Beispiel gestern, Kurtig, muss ich dir erzählen, ja, da waren wir in Wien beim Mäcki. Und als die Dame hinter der Theke uns fragte, Willkommen, Ihre Bestellung, bitte, wollen Sie Pommes dazu? Da sagte Papa. Papa sagte, weil er so gut aufgeweckt war, Also, gnädige Frau, ich hätte gerne am liebsten Wiener Schnitzel, Sauerkraut, Nudelsuppen, Käse, Sporn. Wiener Schnitzel, Sauerkraut, Nudelsuppen, Käse, Sporn. Ich hätte gerne Wiener Schnitzel, Sauerkraut, Nudelsuppen, Käse, Sporn. Wiener Schnitzel, Sauerkraut, Nudelsuppen, Käse, Sporn. Okay, da kannst du mitmachen, okay? Mach die Bewegungen mit, die gehen so. Achtung, pass auf. Wiener Schnitzel, Sauerkraut, Nudelsuppen, Käse, Sporn. 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 Okay, du kannst mitsingen auch, ja? Pass auf, ich habe ein Kindermikrofon für dich. Warte, Moment, Achtung, habe ich da drüben? So, das Kindermikrofon. Schau, komm ganz nahe, komm ganz nahe nach vorne zum iPad oder zum Fernsehapparat, ja? Also, das funktioniert nicht in Wirklichkeit, ja? Das machen wir jetzt nur so, das spielen wir nur, ja? Okay, sing du. Wiener Schnitzel, Sauerkraut, Nudelsuppen, Käse, Sporn. 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 Okay, und auch die Mama, die Mama jetzt auch. Mama, Mama, du musst kommen. Du musst die Mama rufen. Ruf die Mama. Mama, bitte kommen. Mama, du kommst dran. Ist die Mama schon da? Okay, jetzt die Mama, ja? Jetzt die Mama, die Mama. Wiener Schnitzel Sauerkraut, Nudelsuppen Käseschmull. 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 schmoren. Papa, 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 kaufst du uns mit dem Eis? Bitte, 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 bitte. Der Eisverkäufer im Eissalon sah uns an und fragte, welche Sorten hätten sie gerne? Welche Kugeln? Erdbeer, Vanille, Haselnuss, Schokolade, Stracciatella. Doch Papa lächelte und sagte, Kurt hinter Papa lächelte und sagte, weil er gut aufgelegt war, also ich hätte gerne am liebsten folgende Eissorten. Wiener Schnitzel, Sauerkraut, Nudelsuppen, Kaiserschmarrn, eine Kugel, Wiener Schnitzel, Sauerkraut, eine Kugel, Nudelsuppen, Kaiserschmarrn, eine Kugel, Wiener Schnitzel, Sauerkraut, eine Kugel, Nudelsuppen, Kaiserschmarrn, eine Kugel, Wiener Schnitzel und Sauerkraut, Nudelsuppen, Kaiserschmarrn, eine Kugel, Wiener Schnitzel, Sauerkraut, Nudelsuppen, Kaiserschmarrn, da muss doch aufstehen, Sauerkraut, Nudelsuppen, Kaiserschmarrn, eine Kugel, Wiener Schnitzel, Sauerkraut, Nudelsuppen, Kaiserschmarrn. Und wer das jetzt noch nicht kann, fängt noch mal von vorne an. Wiener Schnitzel, Sauerkraut!